Hallo alle zusammen, ich heiße Rebecca. Ich stelle euch Sätze vor, die ihr beim Arzt verwenden könnt, wenn ihr Probleme mit dem Hals habt. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr das Video? Welche Themen gefallen euch am besten? Vergesst bitte Like und Abo nicht. Lasst uns beginnen. Ich habe oft eine Mandelentzündung. Meine Wange ist geschwollen. Meine Wange ist geschwollen. Ich habe Mundgeruch. Ich habe Mundgeruch. Ich habe Husten ohne Auswurf. Ich habe Blut gespuckt. Ich habe Blut ausgehustet. Ich habe Blut ausgehustet. Ich verschlucke mich immer. Ich verschlucke mich immer. Ich schnache immer. Ich schnache immer. Ich habe Husten mit Auswurf. Ich habe Husten die Halsschmerzen. Die Halsschmerzen ziehen sich bis in das Ohr. Die Halsschmerzen ziehen sich bis in das Ohr. Ich kann nicht mehr richtig schlucken. Ich kann nicht mehr richtig schlucken. Ich habe oft eine Rachenentzündung. meine Mandeln wurden früher entfernt. Meine Mandeln wurden früher entfernt. ich habe oft eine Kehlkopfentzündung. Ich habe oft eine Kehlkopfentzündung. ich habe ein Fremdkörpergefühl im Hals. Ich habe ein Fremdkörpergefühl im Hals. ich habe einen trockenen Hals. Ich habe einen trockenen Hals. mein Hals kratzt. Mein Hals kratzt. Mein Hals kratzt. Mein Kind schnacht immer. mein Kind schnacht immer. Ich schmecke nichts mehr. Ich schmecke nichts mehr. ich rieche nicht mehr so gut wie vorher. Ich rieche nicht mehr so gut wie vorher. ich habe eine Fischgräte verschluckt. Ich habe eine Fischgräte verschluckt. Sind die Knoten im Hals in der letzten Zeit größer geworden? sind die Knoten im Hals in der letzten Zeit größer geworden? haben sie eine Schilddrüsenerkrankung? haben sie eine Schilddrüsenerkrankung? haben sie Geschmacksstörungen? haben sie häufig Mandelentzündungen? haben sie häufig Mandelentzündungen? ich habe eine akute Mandelentzündung. ich habe eine akute Mandelentzündung. sie haben eine chronische Mandelentzündung. sie haben eine Pilzerkrankung in der Mundschleimhaut. sie haben eine Pilzerkrankung in der Mundschleimhaut. ich mache eine Kehlkopfspiegelung. ich mache eine Kehlkopfspiegelung. sie müssen im Krankenhaus behandelt werden. sie müssen im Krankenhaus behandelt werden. ist die Operation gefährlich? muss ich sofort operiert werden? muss ich sofort operiert werden? in welchem Krankenhaus kann ich mich operieren lassen? in welchem Krankenhaus kann ich mich operieren lassen? was muss ich nach der Operation beachten? was muss ich nach der Operation beachten? wie oft muss ich untersucht werden? wie oft muss ich untersucht werden? wie sind die Heilungschancen? wie sind die Heilungschancen? worauf muss ich im alltäglichen Leben achten? worauf muss ich im alltäglichen Leben achten? was sollte ich ändern? was sollte ich ändern? wie sind die anderen Nebenwirkungen? wie sind die anderen Nebenwirkungen? die Erkrankung ist harmlos die Erkrankung ist harmlos die Erkrankung ist ernst die Erkrankung ist ernst die Erkrankung ist ernst die Erkrankung ist während die Erkrankung haben Für für die Erkrankung ist eine anderehandelung Couse 3 Untertitelung des ZDF, 2020